Heute gucken wir uns an, wie wir Markup-Text in HTML verwandeln. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es mal wieder um JavaScript und HTML und CSS, also das ist so das, was wir brauchen werden. Im Prinzip geht es nämlich darum, wie wir HTML erzeugen aus Markup-Text. Markup-Text kennt ihr alle, das sind diese Readme-Files, die überall in GitHub liegen, aber die werden auch von vielen What-You-See-Is-What-You-Get-Editern aus CMS-Systemen generiert und damit kriegt ihr die quasi einfach als Payloads, die ihr darstellen müsst im Frontend. Das heißt, aus Markup-Text wirklich einen HTML-Code zu erzeugen, ist nicht wirklich selten und wird euch in eurer Frontend-Karriere zu 100% begegnen. Also mich würde es sehr wundern, wenn ihr nie in diese Situation kommt. Dafür gibt es natürlich Tools, die einem das deutlich einfacher machen. Wir werden uns das jetzt mal angucken, wie man das grundsätzlich angeht. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Probleme, dann ganz oben in der Videobeschreibung ist der Link zu Discord. Joint the Community, sagt Hallo, tauscht euch mit anderen aus, die sich auch für Webdesign, Webentwicklung und alles, was dazugehört, beschäftigen. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! Wie gesagt, geht es heute um Markt und Text. Dabei werden wir das hier bauen. Es gibt davon keine Live-Demo, da wir nicht wirklich etwas Produktives machen, das euch in irgendeiner Form hilft, wenn ihr das in Code hättet. Sondern wir gucken uns einfach nur eine Library an und das, was wir heute machen werden, ist, wenn ich hier zum Beispiel einfach so etwas schreibe, dass wir direkt HTML-Code daraus bekommen. Aber nicht nur das, sondern wir können hier auch richtig Code reinschreiben. Wir haben zum Beispiel JavaScript und können hier eine Variable erstellen. Und ihr seht, unten haben wir richtig Code-Highlighting. Und ja, das werden wir jetzt umsetzen. Los geht's! So, los geht's mit dem eigentlichen YouTube-Tutorial. Hier seht ihr schon alles, was wir für dieses Video brauchen. Nämlich einmal unsere Index-HTML, unsere Main-SAS und unsere Main.js. Ich habe auch schon einiges an Code verbreitet, was für das eigentliche Parsen von Markdown-Text nicht wirklich relevant ist. Ansonsten seht ihr hier meine Standard-Entwicklungsumgebung. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch das ansehen. Mehr machen wir hiermit nicht, deswegen schließe ich das mal kurz. Und hier in der HTML fangen wir direkt mal an. Was habe ich hier? Ich habe einmal einen Wrapper. Das ist einfach nur eine Div-Box. Da drin sind zwei weitere Div-Boxen mit jeweils der Klasse Half. Die haben einfach nur den Zweck, das hier an der Seite zu formatieren, dass man das untereinander sehen kann. Ansonsten entscheidend ist, dass wir hier eine Text-Area haben mit der Klasse Input, wo wir später unseren Markup-Text eingeben, also zum Beispiel so etwas. Und hier unten haben wir eine Div-Box mit der Klasse Output, wo wir dann später unseren gepasst Markdown-Text ausgeben. Mehr müssen wir hier eigentlich nicht machen. HTML ist in diesem Video relativ langweilig, weil wir das eigentlich nur zu Anschauzwecken haben. Dasselbe gilt auch hier für CSS. Darauf werde ich nämlich gar nicht eingehen. Wir werden gleich hier drunter noch ein bisschen CSS schreiben, das relevant ist. Allerdings das CSS, was dort steht, das ist einfach nur, dass wir diese Text-Area und Div-Boxen hier an der Seite so aussehen lassen können, wie sie dort aussehen. Wie gesagt, für euch relativ uninteressant, weil man es hier einfach nur parsen möchte. Als letztes gucken wir uns noch die Main-JS an und ihr seht, die ist komplett leer, weil hier kommt auch der ganze spannende Part dieses Videos. So, um meine Library zu nutzen, ist natürlich das Erste, was wir machen müssen, diese zu installieren. Dafür sagen wir npm-i-Markt. Drücken einfach auf Enter, dann installiert sich das einmal durch, wird als Dependency unserem Projekt hinzugefügt. Und im Anschluss können wir es in unser Projekt importieren, sobald das hier fertig ist. So, damit ist es auch schon abgeschlossen. In dem Moment können wir hier oben in unserer Main.js beginnen, das Ganze zu importieren. Und das machen wir ganz einfach, indem wir sagen Import, Markt, From und in unserem Fall Markt. Zack. Damit haben wir das importiert und können unsere Library jetzt nutzen. Allerdings bringt uns natürlich sonderlich viel. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Boilerplate, das nicht direkt etwas mit dem Parsen von Markdown-Text zu tun hat, sondern eher damit, dass wir irgendwie aus unserem Text-Input-Feld unseren Text hier unten auch darstellen müssen. Und dafür brauchen wir eine Variable. Diese Variable ist oder heißt Input, bezieht sich auf das Dokument. Und hier können wir mit QuerySelector auf einen CSS-Attribut zugreifen, nämlich auf die CSS-Klasse. Und diese Klasse heißt Input. So haben wir hier früher oder gerade eben in unserer Index.html unser Textfeld eine Klasse gegeben. Und das Nächste, was wir brauchen, ist, wir sagen, unserer Input-Variablen fügen wir einen Event-Listen hinzu mit KeyUp. Was heißt, sobald etwas mit KeyUp passiert, dann entsteht ein Event. Das übergeben wir jetzt einfach an eine Funktion. Und das Erste, was wir hier machen, ist uns das Ganze einmal loggen. Was heißt, wir sagen Console.Log Event.Target, damit wir auch unser Text-Area-Field ansprechen können und nicht mehr unser KeyUp-Event haben. Und hier wollen wir dann in Target auf unser Value, also das, was auch immer hier in unserem Markdown-Text-Area-Field drinsteht, das wollen wir dann quasi auch auslesen. Das Letzte, was wir hier machen, ist, wir sagen, aus unserem Console.Log speichern wir erstmal ab und öffnen hier unsere Konsole. Natürlich nicht Source, sondern Konsole. Und wenn ich jetzt hier etwas reinschreibe, dann seht ihr hier unten unsere Konsole loggt das wunderbar mit. Jetzt haben wir hier oben ja Markt importiert. Aber was genau können wir damit machen? Wir fügen das jetzt einfach mal hier als Funktion umzu und übergeben dieser Funktion mit dem Namen Markt einfach unser Event-Target, was heißt unseren Wert aus unserem Text-Area-Field, das speichere ich jetzt einfach mal ab. Und in dem Moment, wenn ich hier jetzt beispielsweise ein Ad mache, sehen wir da unten schon, wir haben eine H1 mit einer ID und keinem Inhalt generiert. Und wenn ich hier jetzt Test hinterschreibe, dann seht ihr hier unten, wir haben HTML-Code generiert. Natürlich müssen wir das jetzt irgendwie noch sichtbar machen, weil ihr wollt das ja parsen, das eigentliche Sinnvolle dieses Videos quasi. Und deswegen sage ich hier Output. Und Output bezieht sich nicht auf die Input-Klasse, sondern auf unsere Output-Klasse, also auf diesen weißen Div-Container hier unten. Und den nehmen wir jetzt einfach und posten den hier, copy-pasten den rein und sagen InnerHTML. Das heißt, wir wollen jetzt das Ergebnis dieser Markt-Klasse, also was uns Markt quasi generiert, wollen wir jetzt in InnerHTML unseren Output einfach ausgeben. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Hier die Konsole kann ich zumachen und wenn ich jetzt hier beginne Hallo zu schreiben, seht ihr, es wird eine H1-Überschrift. Das Ganze hier kann ich auch ein bisschen kleiner machen, dass man da ein bisschen deutlicher sieht. Und das Entscheidende ist, das, was hier drin steht, ist wirkliches HTML. Wenn wir hier nämlich reingehen, sehen wir, es ist eine H1, hat auch eine Überschrift, eine ID und alles. Und wir können jetzt hier reingehen in CSS und zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt unsere H1 stylen und sagen zum Beispiel, H1 soll bitte red werden von der Schriftfarbe. Und jetzt können wir hier hingehen und sagen, Hallo, wie geht es dir? Und ihr seht, es ist rot und das ist der große Vorteil, wenn ihr sowas am Frontend erst passt, weil in dem Moment kann quasi der Editor, der Autor eines Blogbeitrags beispielsweise oder ein Content-Editor, kann einfach sich frei austoben und es sieht immer perfekt einem Design entsprechend aus. Was heißt, selbst wenn ihr in drei Jahren euer Design, eure Webseite ändert, wäre der Text immer noch dieselbe Struktur, allerdings in einer komplett neuen Optik und ihr könntet damit auch verschiedene Themes schreiben. Beispielsweise kann sich ein Nutzer auf eurem Blog dann verschiedene Themes auswählen und ihr könnt diese hinzufügen. Aber ganz wichtig, vielleicht für den einen oder anderen von euch, man kann das auch mit Code machen und das gucken wir uns jetzt an. So, was wir uns aber auch noch angucken müssen, ist, dass wir natürlich nicht nur einfach Output generieren können, sondern wir können uns auch einfach Optionen setzen. Und dafür kopiere ich mir hier einfach mal den Namen Markt und sage hier SetOptions. Das ist eine Funktion. Diese Funktion braucht natürlich einige Einstellungsvariablen von uns. Zum Beispiel braucht sie so etwas wie Breaks. Wenn ich hier sage False und das Ganze abspeicher und hier drin beginne etwas zu schreiben, wie zum Beispiel Hallo, wie geht es dir? So, ihr seht hier unten keine Abstände. Das heißt, alles, was wir hier oben an Zeilenumbrüchen haben, wird quasi einfach ignoriert. Ist teilweise ganz entscheidend. Wenn ihr beispielsweise komplett dynamischen Inhalt generieren wollt und ein Autor irgendwo komische Zeilenabstände reinmacht, er Zeilenumbrüche hier reinmacht, könnt ihr das technisch einfach verhindern. Aber man kann das hier auch auf True setzen und in dem Moment, wenn ich hier reinschreibe Hallo, wie geht es dir? Seht ihr, unser Parser verarbeitet unsere Zeilenumbrüche korrekt und wir können das Ganze richtig nutzen. Die nächste Option, die wir uns angucken, ist Mangle. Und Mangle, wenn ich das auf True setze, natürlich oben auch in Come reinmache, dann können wir etwas ganz Cooles machen. Zum Beispiel kann ich sowas schreiben wie test at test.de und ihr seht, es ist hier eine Überschrift. Und was ihr nicht seht, wenn ich hier draufdrücken würde, dann öffnet sich mein E-Mail-Programm. Was heißt, unser Markdown-Parser erstellt uns daraus einen korrekten Link, um eine E-Mail zu öffnen. Und das ist sehr, sehr praktisch und sollte man meistens anhaben, weil es einfach sinnvoll ist, direkt eine E-Mail anklicken zu können. Ein weiteres richtig cooles Feature hatten wir gerade schon ein bisschen gesneakt quasi. Und das ist nämlich die Header-ID. Und die setze ich jetzt einfach mal auf True, obwohl wir die gerade ja schon gesehen haben. Wenn ich hier zum Beispiel eine Überschrift mache, in diesem Fall eine Überschrift dritten Gratis, also eine H3, und ich hier mal reinschreibe Hallo, dann können wir uns die... Warum wird die nicht angezeigt? Ah, weil ich Hallo weiß habe. Machen wir mit Überschrift zweiten Gratis. So, und ihr seht hier, wir haben hier eine ID drin. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum haben Überschriften IDs? Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ganz häufig habt ihr nämlich den Fall, dass vor allem in Blog-Beiträgen oder in Content-Geschichten, ganz am Beginn von Artikeln, von Zeitungsbeiträgen und so etwas, da sind so kleine, ja, Legenden, Inhaltsverzeichnisse, um zu bestimmten Abschnitten zu springen. Und wenn man den IDs hier automatisch quasi eine oder den Überschriften automatisch eine ID mitgibt, dann ermöglicht das dieses Anchor-Linking. Also man kann direkt zu einem Anchor springen, und das ist sehr, sehr praktisch, und dafür ist dieses Attribut gedacht. Deswegen würde ich es persönlich nicht ausschalten, außer ihr wollt explizit verhindern, dass zum Beispiel ein Auto auf eurer Seite so einen Anchor-Link benutzen oder erzeugen darf. Aber das eigentlich spannendste Feature, muss ich sagen, neben einigen anderen Optionen, die wir uns nicht angeguckt haben, ist nämlich das sogenannte Highlight-Feature. Und dafür brauchen wir noch eine zweite Library. So, um das Highlight-Feature nämlich richtig nutzen zu können, brauchen wir erstmal eine zweite Library. Dafür sage ich npmi, und hier sage ich einfach highlight.js, und das Ganze wird jetzt installiert. So, nachdem das jetzt installiert ist, können wir das hier zumachen und das genauso wieder oben importieren. Was heißt, wir sagen import highlight from highlight.js, und das können wir jetzt nutzen, um hier Highlights zu erzeugen. In unserem Fall machen wir hier eine neue Option, nämlich Highlights. Diese Option erzeugt uns zwei Punkte, nämlich einmal Code und Language, und hier geben wir etwas zurück. Also wir wollen hier später unseren Code zurückgeben. Aber unser Code hat ja theoretisch, wenn man den Markdown oder die Markdown-Syntax anguckt, die Möglichkeit, eine Language zu definieren. Das ist ganz entscheidend, damit wir zum Beispiel unterschiedlichen Code, also unterschiedliche Sprachen, unterschiedlich highlighten können. Und dafür sagen wir eine Variable mit dem Namen language, und diese basiert auf unserem Highlight, auf der Highlight-Library, die auch in der Videobeschreibung verlinkt ist, ganz wichtig. Und da fragen wir erstmal nach, okay, die Language, die wir hier übergeben, also wir übergeben an die Funktion getLanguage einfach jetzt unsere Language, die unser Nutzer eventuell erzeugt hat, gibt uns zurück, okay, die Language existiert, dann benutze die bitte. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir ein Fallback schreiben, in unserem Fall sage ich einfach PlainText. Was heißt, diese Zeile kontrolliert einfach nur für uns, hat der Nutzer eine Sprache gesetzt? Wenn ja, dann benutze diese Sprache, wenn nicht, dann füge doch bitte einfach PlainText ein. Das nächste, was wir hier machen, ist jetzt auch einfach zu sagen, Highlight, Punkt Highlight, und hier übergeben wir unseren Code, und hier unsere Sprache, die wir da oben definiert haben. Außerdem geben wir hier nicht die Funktion zurück, sondern wir geben hier quasi das Value zurück, weiß, was unsere Option generiert, und in dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und wir hier reingehen und einen normalen Syntax schreiben für Code, ich mache jetzt hier ein Enter rein, dann sehen wir, dass es nicht funktioniert, weil ich hier ein großes L drin habe durch Autocomplete, das war natürlich nicht so clever. Jetzt machen wir hier, so, jetzt funktioniert es, jetzt wird unser Code gehighlighted, und ich kann hier zum Beispiel const test gleich 1 reinschreiben, und man sieht hier unten, wird es jetzt noch nicht gehighlighted in dem Sinne, aber wenn ich hier in Code drin bin, sehen wir, wir haben hier unseren Code, das ist in einem Codeblock, das wird also richtig gepasst, man sieht nur quasi hier drin noch kein Highlighting. Und der Grund ist, dass gerade unser Plain Text aktiv ist, da ich unserem Codeblock hier oben keine Sprache mitgegeben habe. Ich kann jetzt hier hingehen und sagen, okay, das ist JavaScript, und in dem Moment wird hier Code, sehen wir hier schon Language minus JavaScript, und hier unten sehen wir jetzt, wir haben hier Spans, die einzelne Bereiche, wie zum Beispiel dieses Präfix hier, oder das Keyword heißt das, beeinflussen. Und das kann ich mir jetzt kopieren und zum Beispiel in unserer Main.sas hingehen und sage Code, und in Code haben wir jetzt zum Beispiel unser Keyword, und unser Keyword bekommt jetzt die Farbe Red. Das Ganze speichere ich mir jetzt mal ab, brauche jetzt hier einen neuen Code Editor, wieder mit JavaScript, sage hier const test gleich 1, und zack, wir sehen, es wird korrekt gehighlighted. Das Ganze ist schon ganz praktisch, und ihr seht, dadurch, dass wir hier in unserem Code auch jeweils jeden Codeblock quasi eine eigene Sprache mitgeben, könnte man zumal für jede Sprache unterschiedliche Farben und Schriften hinzufügen, das ist schon mal ganz praktisch, aber diese Language Präfix, den wir hier haben, der ist nicht ganz so praktisch wie das, was jetzt noch kommt. Und zwar habt ihr wahrscheinlich ja auf eurer Seite in irgendeiner Form Dark Mode eingebunden, oder ihr habt vielleicht unterschiedliche Möglichkeiten, Code zu highlighten. In dem Moment kann man nämlich etwas nehmen, und man sagt dann hier nämlich einfach Language Präfix, und hier erwarten wir einen String. Normalerweise steht hier einfach dieses Language Minus drin, und dann fügt ihr einfach am Ende einfach die Sprache hinzu, also JavaScript, Python, CSS, was auch immer das für eine Programmiersprache ist, die ihr highlighten wollt. Was aber ganz cooler Verwendungszweck ist, wir können zum Beispiel oben hingehen, und ihr habt zum Beispiel irgendwo in eurem Skript definiert, wir haben hier einen Dark Mode, und dieser ist gerade aktiv, den kann der Nutzer verändern, zum Beispiel durch einen Button, oder der wird automatisch ausgelesen. Und wir können dann hingehen und sagen, okay, wenn Dark Mode aktiv ist, dann füge uns doch hier kein Language ein, sondern sag Dark Mode, und dann einfach ein Leerzeichen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gebe doch zum Beispiel einfach Light Mode zurück. Und ein Leerzeichen. In dem Moment, wenn wir das jetzt nämlich abspeichern, und ich hier oben reingehe, und uns nochmal so ein Code Block generiere, und zum Beispiel hier sage, JavaScript, so, und wieder ein Test, gleich eins, zack, und wir gucken uns das hier jetzt an, dann sehen wir, dass unser Code Element eine Klasse hat, nämlich Dark Mode, und eine zweite Klasse JavaScript. Was heißt, ihr könnt damit eigene Themes schreiben für verschiedene Modes, und theoretisch sind euch keine Grenzen gesetzt, was die Anzahl angeht. Ihr könnt da wirklich komplex werden, aber es ist ziemlich, ziemlich aufwendig, so etwas zu machen. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social Media Links. Da könnt ihr mich erreichen, könnt ihr Hallo sagen. Ansonsten findet ihr dort auch jede Menge Affiliate Links, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns das nächste Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Fotografie